Bei mir im Studio ist jetzt Starkoch Alexander Herrmann. Fast jeder kennt ihn auf jeden Fall aus dem Fernsehen. Herr, heute erscheint Ihre Autobiografie mit dem Titel Und eine Prise Wahnsinn. Dort schreiben Sie auch über zwei entscheidende Erlebnisse in Ihrem Leben. 1981 sterben Ihre Eltern beim Autounfall, Sie waren gerade mal neun Jahre alt. Und jetzt vor zehn Jahren die Diagnose Hautkrebs. Diese beiden Ereignisse, Erlebnisse, wie haben Sie sie verändert? Ja, grundsätzlich ist genau das die Prise Wahnsinn im Leben, auf die man gern verzichtet, aber die einen natürlich auch prägt, die aus einem negativen Moment heraus einem aber auch die Chance gibt zu wachsen. Und ich habe gemerkt, vor allem jetzt vor den letzten zehn, 15 Jahren, dass es wichtig ist, dass ich mich im Grunde gerade betrieblich nicht ganz so wichtig nehme, sondern dass da mein Team und meine Mitarbeiter an meiner Seite eigentlich die große Bank sind. Die geben mir auch die Sicherheit, all das, um was es heute eben gastronomisch als Unternehmer geht, zu stemmen. Wie geht es Ihnen jetzt heute? Vor zehn Jahren muss es eine Schockdiagnose gewesen sein. Sie waren trotzdem die ganze Zeit vor der Kamera. Man hat Ihnen das nie angemerkt, wenn man das mal so sagen darf. Wie geht es Ihnen heute also? Ja, das war damals ja so, dass ich zunächst nur eine Bestrahlung brauchte. Also das wurde operativ entfernt aus dem Arm, nur eine Bestrahlung, keine Chemo, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und für mich war damals eine, es war schon eine Form von Angst. Ich wollte nicht, dass das öffentlich wird, weil in dem Moment, wenn man weiß, da schau her, der hat gerade eine Behandlung, dann passieren ja zwei Dinge. Der Zuschauer, ich meine, der möchte sich ja entspannen, der möchte nicht unbewusst plötzlich sehen, da schau mal her, dem Kerl geht es gerade nicht so gut. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Frühjahrsorgepflicht der Senderverantwortlichen, die die natürlich gerne aus so einer Sendung dann rausnehmen und dir die Chance geben zu pausieren. Und das wollte ich ja eigentlich nicht. Und gleichzeitig immer Glück im Unglück. Das war damals so im Juni, Juli. Und ja, Juli, August sind wenig Aufzeichnungen gewesen. Und deswegen konnte ich meinen letzten damals Küchenschlacht-Blog beim ZDF, den konnte ich damals im Grunde noch durchziehen, ohne dass es einer gemerkt hat, und mich dann ein bisschen erholen. Und heutzutage, naja, das ist natürlich verarbeitet und es geht mir natürlich gut. Punkt. Sehr gut. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.